Einen wunderschönen guten Tag, geliebte Brüderinnen und Brüder und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe der Stabilen Sprechstunde. Ey Tommy, sag mal, worum geht's denn bei der Sprechstunde? Hä? Naja, ganz einfach. Es gibt ja viele Leute da draußen, die haben ein Problemchen. Die wollen über ihre Probleme reden, aber es gibt aus einem mir unerfindlichen Grund viele Leute, die haben Angst davor zum Arzt zu gehen oder was weiß ich. Also jetzt Psychiater oder weiß ich nie was. Und dann haben wir gedacht, wir machen ein neues Format, das nennen wir die Stabile Sprechstunde. Und da werden wir es so machen, dass ihr uns anonym Fragen stellen könnt. Also entweder ihr schickt uns die per E-Mail, per Brieftaube, alter, eine E-Mail-Adresse, schön rein, da stopfen ins floppy-laufwerk.fi. Und, oder aber ihr könnt uns die ganzen Sachen über Telonym zukommen lassen. Die beiden Links findet ihr jeweils unten in der Videobeschreibung. Keine Angst, wenn ihr das über E-Mail schickt, ich speichere da absolut nichts oder sonst was. Ich screenshotte die Frage raus und der Rest wird gelöscht, direkt, ohne irgendwas zu speichern. Es wäre nur lieb, wenn ihr euer Alter oder das Geschlecht, dem ihr euch zugehörig fühlt, hinzuschreiben könnt. Damit wir das besser individueller beantworten können, eure kleinen Problemchen. Und natürlich mache ich das Ganze wieder nicht alleine, sondern ich habe einen wunderschönen Gast dabei. Stell dir mal bitte vor. Der Dr. Robert ist heute auch mit dabei. Wir werden einige Fragen durchgehen und die seriös beantworten. Wir werden hier niemanden irgendwie auslachen. Vielleicht ein Joke ist, denke ich mal, erlaubt. Wir versuchen es. Aber generell gilt, dass wir das vernünftig und seriös beantworten möchten. Genau. Also da ist halt der Unterschied zu diesem Domi-Hilft-Format auf dem Hauptkanal. Weil ich versuche diesmal tatsächlich, euch eure Fragen zu beantworten und euch bei euren Problemchen weiterzuhelfen. Es sei immer hervorgestellt, ich bin kein Psychologe oder ähnliches. Robert genauso wenig. Wir sind beide eigentlich nur ziemlich abgeranzte Assis, die zu Hause hocken und nichts zu tun haben. Aber wenn ihr wirklich ernsthafte Probleme habt, dann geht immer Zweifelszeit zum Arzt. Wird bezahlt. Deutschland, toll. Krankenkasse, danke, Merke. So, würde ich mal sagen, nicht lange schnacken, Kaffee kacken. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Du, ich, ja. Wir haben uns übrigens, das sollten wir vielleicht vorwegstellen, so, bevor wir wieder hier ins Timeline-Massaker einsteigen. Wir haben uns Fragen von gutefrage.net rausgesucht, weil natürlich noch keine Fragen von euch eingegangen sind, Freunde. Das ist klar, ne? Ja. Das ist klar. Ja, das ist klar, zeig mal her. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Mir ist das... Ich fange an, relativ kurze Frage. Ich will demnächst in den Puff gehen. Ich werde auf jeden Fall Zeit und Geld sowieso mitnehmen. Aber wie ist der Ablauf? Man geht in den Puff rein und weiter. Ja, dann gehst du durch, guckst mal, wo der Name deiner Mama dransteht und dann hoffst du, dass du einen Familienrabatt kriegst, mein Freund. Richtig. Ne, ähm, willst du vielleicht anfangen? Weil ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie in meinem Leben im Puff. Ja gut, ich darf natürlich mit meinen 29 Jahren dann auch verkünden, dass ich einen Besuch in meinem Leben hinter mir habe, den ich am besten ganz schnell vergesse. Aber der bleibt natürlich im Kopf gespeichert, logischerweise. Abgehakt, sag ich mal, auf der Liste, auf der Lebensliste. Ich wollte es gerne mal probieren, habe es dann auch gemacht. Das war in Hamburg, Reeperbahn, man kennt es. War ich schon gut angetrunken, möchte ich sagen. Und die Kumpels haben mich dann dazu überredet, ey, wie wär's, lass aber mal da in den Puff gehen, Laufhaus, da kannst du den Mädchen schnappen und dann kannst du da mal richtig schön einen abdrücken. Da habe ich gesagt, ja, wenn ihr mitmacht, dann mache ich da auch mit, ne? Ist ja Gruppenzwang dann irgendwo. Ich wollte gerade sagen, schön mit der Gruppe rein, der Gruppenrabatt auch noch ab. Aber die Schweine, muss man dazu sagen, die sind natürlich nicht mitgekommen. Die haben mich da abgestellt, die bis auf eine Leiche quasi vor die Tür gestellt, da stand so ein Glatzkopf, Türsteher, drei Meter groß quasi. Was wirst denn du, Junge? Boah, ich würde gerne mal hier rein und mal eine Dame besuchen, nicht wahr? Das Gute ist, der Kollege draußen, der gesagt hat, ich komme auch mit rein, hat gesagt, gib mir am besten deine EC-Karte, das könnte böse enden für dein Konto, wenn du die dabei hast. Ich wollte die nicht abgeben, ich war naiv, habe aber dann tatsächlich, bevor ich reingegangen bin, gesagt, okay, komm, hier, nehm die Karte, kann da eh nichts mit anfangen, weil die Binnen nicht hat. Da sind wir reingesteppt, oder ich bin reingesteppt. Das ist wie in so einem Hotel, könnte man fast sagen, also in dem Bordell, wo ich war, Bordell, vielleicht nicht, Laufhaus hieß das, das war direkt neben der Ritze, vielleicht kennt das einer von den Schlingeln. Das kenne ich sogar, Alter, und ich war noch nie auf der Reeperbahn oder ähnliches. Ich habe es immer mal auf meine Liste geschrieben, aber ich kenne halt die Dokus so, ne? Da habe ich schon mal rein recherchiert, habe ich mal rein recherchiert, Freunde. Ja, und lieber I Trust Me, wie stellt man sich das vor? Ich meine, deine Frage ist sechs Jahre alt, aber ich beantworte sie trotzdem. Du gehst da rein und dann stehen ganz, ganz viele, vielleicht hübsche oder weniger hübsche Damen an den Türen. Es spielt auch keine Rolle, wenn du 1,8 im Turm hast, dann ist eigentlich alles hübsch. Wie sah die aus, die du hattest? Die war blond, ein bisschen größer als ich, ich bin ja eigentlich schon ein Zwerch, aber die war ein bisschen größer als ich. Eigentlich sah die auch nicht hübsch aus, aber in dem Zustand, in dem ich war, da war die hübsch. Und da hat die mich so angelächelt, ey, na, willst du eine Runde schieben? Auch hier? Und dann habe ich gesagt, komm, ich würde gerne mal meine Nudel hier mal irgendwo reinstecken. Ja, komm doch mal mit rein. Dann hat das ewig gedauert, du setzt dich da auf deinen Scheißstuhl, wartest dann, bis die Alte sich da fertig macht. Das hat schon 10, 15 Minuten gedauert. Das ist wahrscheinlich auch System, weil das Geld kostet wahrscheinlich auch noch, oder? Ja, ja. Schon Wartezeit auch noch. Ja, klar. Ich war so besoffen, mir war das scheißegal. Ich hatte ein bisschen Bargeld dabei, ein bisschen über 100 Euro. Das ist wie so ein Taxifahrer, der immer so einen Umweg fährt, weißt du? Wo er weiß, ah, in der Straße ist immer Stau, da stelle ich mich schön hin, da kann der Knacker dahinter mal schön zahlen. Das Erste, was die natürlich fragt, hast du Geld dabei? Ich sage, ja klar, ich habe Geld dabei, was nimmst du? Ja, das und das. Über Geld reden wir jetzt nicht. Ich hatte ein bisschen über 100 dabei und mit viel bin ich nicht rausgegangen, sagen wir es mal so. Und die Alte wollte nach dem Akt, man hat da mal ein bisschen, die Alte hat ja da so ein Gummi übergedrückt, dann hat sie mal ein bisschen rumgespielt, mal ein bisschen gekaut. Dann hast du die Alte mal weggemacht. So, natürlich besoffenen Zustand zu sexeln ist halt nicht so wirklich angenehm, kann ich auch niemandem empfehlen. Egal, gemacht, getan, die Alte weggeschleudert, den Sack vollgemacht quasi, ne, das Gummischen, weggeschmissen in den Dreck. Und dann wollte die Alte, hast du IC-Karte mit? Ich sage, wie, was für IC-Karte? Ja, hast du eine mit? Ich sage, hab keine mit Zeit, mach ein Portemonnaie. Nee, das kriegst du nicht. Dann zeig doch mal Portemonnaie. Hier, Mann, guck rein, da ist keine Karte. Da hat die ihr Kartenlesegerät schon geholt, ne? Da würde die wirklich mal eine Karte haben. Ekelhaft. Ich hab dir dann das besagte Geld gegeben, hab mich verpisst und als ich draußen war vor der Tür, das ist ja ein Laufhaus, da standen schon die anderen Perlen an der Tür. Na, Junge, junger Mann, hast du Bock auf eine zweite Runde? Ich sage, ich muss hier raus, Alter. Weg, 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 weg. Und ich war immer noch stockbesoffen, ne? Also, der Akt hat mich nicht dazu gebracht, dass ich irgendwie ausnüchter oder ähnliches. Ich weiß nicht, wie lange ich da drin war, halbe, dreiviertel Stunde. Und dann, als ich draußen war, Kumpels natürlich weg, logischerweise. Die waren aber in der Ritze. Da bin ich stockbesoffen in die Ritze rein, hab mir da noch einen gebechert und hab später im Hotel, im Aufzug, hab ich nochmal gekotzt ordentlich. Aber generell Puffbesucher, ich weiß nicht. Also, ich hab ja bisher nur einen, aber weiß ich nicht. Sagst du als Tipp für die Zuschauer da draußen, wenn ihr euch mal denkt, Alter, komm, keinen Bock mehr auf Tinder, das ist mir zu anstrengend, immer hier durch die Gegend swipen und am Ende kommt eh nix bei rum, nehm ich mal ein paar Euro in die Hand und geb mal einer Fachfrau für Selbstvermarktung mal ein paar Taler in die Hand und dann drück ich da mal einer rein. Kein gut angelegtes Geld, nee, 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 nee. Ja, aber auf jeden Fall, ich mein, das kann ja jeder, kann ja jeder selber entscheiden, was er machen will, ne? Aber auf jeden Fall sagst du, dann lass mal besser hier Karten und so weiter zu Hause, nehmt nur einen festen Betrag. Das ist quasi so wie so ein normaler Clubbesuch, ne? Da solltest du auch nie eine Karte mitnehmen oder so. Niemals. Das ist ja super oft so, du hast dann irgendwie Clubs oder so und da haben sie immer irgendwo so einen Geldautomaten und an diesem Geldautomaten, da hast du so horrende Gebühren oder sowas, was du gar nicht checkst oder ist dir im Suft dann auch scheißegal und dann ziehst du da Geld ab an irgendeinem dubiosen Automaten, Alter, dann hast du da 10 Euro allein schon Gebühren oder so mit. Da pokern ja auch richtig viele drauf. Richtig. Ja, also Kinder, wenn ihr Mama zum Muttertag ein paar Blümchen vorbeibringen wollt, dann lasst eure Kreditkarte zu Hause. Und ganz wichtig, das ist mir auch eingefallen, weil ich habe mal eine Doku über Thailand gesehen, man muss sich ja immer ein bisschen, muss man ja rein recherchieren, wenn man in Urlaub will. Und zwar ist es wohl so, dass die Nutten in Thailand, die schmieren sich wohl öfters mal K.O.-Tropfen auf die Nippel und lassen das hart werden. Und wenn dann die ganzen Sextouristen ankommen, wenn der Günther da vorbeikommt in seinen 60 Jahren, lässt seine Frau irgendwo in der Stadt oder in Deutschland, Alter, geht mal schön hier auf den Strich da in Thailand. In Thailand? Und ja, dann geht er zur guten Fachfrau, leckt der schönen Nippel ab, Alter, und dann kippt er da weg und die rauben dich aus. Also, in Thailand im Puff bitte keine Nippel lenken. Danke. Danke, Michael. Würde ich mal sagen, haben wir 10 Minütchen gut verplempert hier. Ja, richtig, richtig, richtig. Dann würde ich mal die nächste Frage einfach nehmen. Also, bin ich die Einzige, die so denkt? Hallo, ihr Lieben. Ich weiß jetzt nicht richtig, wie ich es erklären soll, weil ich nicht weiß, ob mich da jeder versteht, aber ich probiere es einfach mal. Seitdem ich mit meinem Freund zusammen bin anderthalb Jahre, habe ich mich sehr verändert, beziehungsweise mein Denken hat sich sehr verändert. Ich bin, denke ich, eine sehr unsichere Person und nicht immer ganz zufrieden mit mir selber. Ich liebe meinen Freund über alles, also wirklich, ich will mit ihm mein ganzes Leben verbringen. Jenny Spill wahrscheinlich. Nur leider mache ich mir selber die Beziehung sehr schwer, indem ich sehr eifersüchtig bin, aber meiner Meinung nach auch berechtigt. Seitdem wir zusammen sind, hasse ich diese ganze Social Media Zeugs und alles. Ich habe mir vorher nie Gedanken darüber gemacht. Ich reg mich sehr darüber auf, dass die heutige Gesellschaft sich so unrealistisch zeigt. Kein echtes Gesicht, mehr alles Fake. Und mir kommt es so vor, als würden die Männer Jungs glauben, dass diese Frauen in echt auch so aussehen, was aber nicht der Fall ist. Diese ganzen Instagram Models, die ihre Gesichter bearbeiten, bloß noch zusätzliche Schönheits-OPs machen. Jeder kann machen, was er will, aber ich verstehe es einfach nicht, weil das einfach so weit weg von der Realität ist. Schönheits-OPs werden komplett normalisiert. Mich persönlich macht das total fertig und mein Freund und ich haben uns schon öfter gestritten deswegen, weil er auf Instagram immer solche Frauen anschaut und denkt, das sei die Realität. Mich stört es einfach, dass unsere Gesellschaft ein Schönheitsideal hat, welches niemals natürlich sein könnte. Mir tun auch die kleinen Mädchen leid, die jetzt mit so etwas aufwachsen müssen. Jeder will perfekt sein, bla bla bla. Ich glaube, den Rest überspringen wir, ne? Also, bin ich da die Einzige und wie findet ihr das Schönheitsideal? Ja, soll ich einfach mal anfangen, oder was? Fang gerne mal an. Ähm, nee, das gute Mädel ist nicht die Einzige, die so denkt. Und ich sehe das ja auch immer wieder tatsächlich, auch in meinem Freundeskreis. Wenn du mit den Leuten persönlich sprichst zum Beispiel, die sind alle immer gestresst, alle immer scheiße drauf und so weiter. Und dann gehst du auf Instagram, Alter, und dann scribst du durch diese beschissenen Storys durch, Alter. Und immer High Life, beste Leben, guck mal, wie toll das ist. Und guck mal, hier mein Cappuccino, Alter, den habe ich mir total unnatürlich mit irgendwelchen scheiß Eiswürfeln ins Fenster reingestellt. Und die Welt ist geil, weißt du. Und da redest du mit denen, Alter, alle im Prüfungsstress. Keiner hat mehr Zeit für irgendwas. Also, ich glaube, alleine dieser Aspekt ist halt ein richtiger negativer Aspekt der sozialen Medien, wie er aktuell ist. Weil einfach super viele Leute wirklich ein komplett falsches Leben widerspiegeln. Und du dann richtig viele Leute hast, die da vorm Grät sitzen. Sich das anschauen und denken, Alter, die haben so ein geiles Leben. Ey, was mache ich eigentlich falsch? Warum ist mein Leben so kacke? Warum habe ich jetzt nicht irgendeinen Eiskaffee, den ich mir schön ins Arschloch kippen kann? So, weißt du. Und ja, das Gleiche gilt halt auch für Schönheitsidealer, klar. Da gab es ja auch in letzter Zeit öfters mal so Berichte von irgendwelchen Instagram-Models oder was weiß ich, wie die sich schimpfen. Die da erzählt haben, dass sie teilweise zwei, drei Stunden an so einem Bild sitzen, weil die dann den Bauch einziehen und sich dann ganz komisch zur Seite drehen und all sowas. Wo du ja auch denkst, ja. Und dann hast du da Mädels, die sitzen und denken sich, Alter, warum habe ich nicht so einen Körper? Und dann denkst du, ja, Alter, die haben den Körper auch nicht, die tun nur so. Richtig. Ich denke mal schon, dass das halt gerade in den sozialen Medien und so weiter jetzt schon viel Druck aufbaut, auch gerade für jüngere Zuschauerinnen und so weiter. Deswegen habe ich auch so einen richtigen Hass auf so Sendungen wie Germany's Next Topmodel und so einen Scheiß, weißt du? Fühlig. Ich weiß nicht, wie das aktuell ist. Ich habe das nie wieder eingeschaltet. Ich habe nur damals halt mitbekommen, wie da ein Mädel war, was halt echt dünn war. Und dann sagt da irgendein Typ so, ja, nimm mal noch drei, zwei Kilo ab, so. Da denkst du auch so, Alter, jetzt seid ihr komplett kernbehindert, ne? Das ist ja auch hier, wenn du mal einfach bei Google eingibst, was heutzutage ein Plus-Size-Model ist. Da denkst du, Alter, das ist ein Mädel mit einem ganz normalen Körper. Und ihr sagt denen, ja, hier ist Plus-Size. So, ist kein Wunder, dass da jede zweite mittlerweile eine weirde Essstörung entwickelt. So, bin ich kein Freund von. Bin ich kein Freund von. Fühlig, was du gesagt hast. Die Schwierigkeit, die ich da halt sehe, ist tatsächlich der Technikfortschritt, den wir nun alle positiv genießen können. Aber auch auf der anderen Seite das Thema, was wir gerade angesprochen haben, die negative Seite. Ist jeder Zugang zu diesen Medien, insbesondere Instagram, wo du auf die Startseite gehst und halt diese ganzen Models siehst. Und wie du schon erwähnt hast, die eigentlich auch nur ein normales Leben, wie wir fühlen und im Stress sind. Aber auf Insta sich halt von der Zuckerseite zeigen. Oh, guck mal, wie toll alles ist. Guck mal, was für einen schönen Körper ich habe. Aber eigentlich sind die genauso. Schön abgefuckt eigentlich. Also komplett dasselbe, was du gesagt hast, sehe ich ziemlich ähnlich. Wir können daran nichts ändern. Man kann nur mit einem vernünftigen Verstand an die Sache rangehen und sagen, hey, das ist Internet. Und Real Life sieht leider ein bisschen anders aus. Wenn die sich dann noch in der Beziehung deswegen streiten, schwierig. Wenn der Typ sich da die Models anguckt und dir das glaubt, dann hast du einen ziemlich komischen Freund. Ich glaube, das ist ein ähnliches Prinzip, wie wenn die ganzen Leute sich heutzutage illegalerweise irgendwelche Pornos reinorgeln und denken, ja, in Wirklichkeit ist das auch so. Da kommt auch der Daddy nach Hause, die Stiefschwester steckt unter dem Bett fest alle und der wirkt dir dann erstmal keine Ahnung, was so alles abgeht. Super gefährlich. Definitiv. Das heißt ja auch, dass super viele Leute halt da durch erhöhten Konsum dieser Bewegbilder halt den normalen Geschlechtsverkehr überhaupt nicht mehr geil finden und so. Dann denkst du ja auch so, ja, vielleicht übers Ziel hinaus geschossen im wahrsten Sinne, ne? Richtig. Kritisch. Oder zu oft geschossen. Ja, kann auch passieren. Knarreleer. Ja, ich denke mal, das beantwortet es. Also, seid, seht so aus, wie ihr aussehen wollt. Versucht einfach ein gesundes Mittelmaß zu halten. Versucht nicht zu, ja, in keine Extremen abzutriften. Das ist wie Religion oder Politik. Einfach immer versuchen, im Mittelfeld zu bleiben und nicht zu sehr abzudriften. Scheiß auf Hundefilter. Ist halt echt so Hundefilter raus aus Deutschland. So, willst du noch eine Frage? Wir sind jetzt schon. Wir machen noch eine kurze Knappe. Ich meine, wir sind jetzt schon bei 16 Minuten. Wir haben uns eigentlich sechs Fragen rausgesucht insgesamt. So einfach das Ganze knicken. Dann sitzen wir hier wieder 40 Minuten. Dann würde ich sagen, dann machst du einfach nochmal eine kurze. Aber das soll ja den. Eine ganz, ganz kurze. Also wirklich ganz, ganz kurze. Jetzt kommt ein Pimuswitz. Vor zehn Jahren aber. Auch schon ein bisschen älter. Aber kann man auch auf das aktuelle Leben projizieren. Der Bluto fragt. Wie sollte man in einer Schlägerei sich wehren? Also er hat es auch so gefragt. Also ich bin hier der deutschen Sprache mächtig. Aber er hat es so gefragt. Wie man sich in einer Schlägerei wehren sollte. Genau, richtig. Willst du bestatten oder? Also in der Schlägerei kommt es natürlich immer darauf an. Steht dir nur eine People gegenüber? Oder ist das eine ganze Gang? Wen hast du da vor? Ist es dein Lehrer? Ist es deine Mutti? Ist es dein Vater? Da muss man damit differenzieren. Schlägerei hat man als kleiner Bub natürlich hier und da mal erlebt. Wie hat man sich gewehrt? Natürlich, wenn Worte nicht mehr helfen. Und du dich verteidigen musst. Aufgrund dessen, dass der Gegenüber dich angreift. Also Notwehr. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es nur einer ist. Dann haust du ihm in die Fresse. Dann musst du gucken, wie er auf dich zugeht. Und dann ist natürlich der Vorteil, wenn du da ein bisschen Erfahrung hast mit Kampfsport etc. Das ist dann dein großer Vorteil. Wenn das nicht vorhanden ist, dann kannst du dir entweder ausruhen, in die Fresse hauen oder du läufst weg. Wenn du ein kleiner Zwerg bist und ein Flink bist, dann renn lieber. Anstatt sich da irgendeiner Konfrontation zu stellen, die total unnötig ist. Schlagen ist nie eine Option. Auch wenn man das mit Worten nicht lösen kann. Der Klügere gibt nach und verlässt meistens den Platz. Natürlich bin ich auch ein Fan davon, sein eigenes Leben zu schützen. Das wie gesagt, entweder weglaufen oder ihm auch mal auf die Mütze hauen. Am besten dahin treten oder schlagen, wo es am meisten wehtut. Ihr werdet genau wissen, was ich meine. Ja, ich sag mal, die Mutter Natur. Ich dachte immer so, Videospiele sind eigentlich total unrealistisch, weil die ganzen Bossen immer so eine offensichtliche Schwachstelle außerhalb irgendwo haben, weißt du? Dann habe ich mir runtergeguckt und dachte, boah, weiß ich nicht, vielleicht ist das doch ganz realistisch. Schön die Nüsse reintreten. Also wenn du da reinpärst, dann ist Feierabend. Dann gehst du auf die Knie, ich schwöre es dir. Das ist kritisch. Ja, sehe ich so ähnlich wie du. Ich würde aber sagen, an erster Stelle sollte man natürlich nicht dahin kommen lassen, dass es so weit kommt. Ich sag mal, wenn du auf dem Pausenhof bist und da ist ein Schüler, der will Stress anfangen, dann läufst du bitte einfach zur Lehrerin und sagst hier, XY will Stress, bedroht mich, weiß ich nicht. Klar, aber wenn es darauf ankommt und einer geht auf dich los, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dich selber zu verteidigen. Hier schön Selbstschutzmaßnahmen zu treffen. Versuch dein Gesicht irgendwie zu verdecken und versuch den Angriff abzuwehren. Und dann haust du halt wirklich so schnell, das geht einfach irgendwann ab. Weil ansonsten musst du halt aufpassen, wo hört Notwehr auf, wo fängst du wieder an. Weißt du, wenn du einen Schlag abwärst oder so und du gibst ihm noch vier, fünf auf die Schnauze und dann liegt er auf dem Boden und trittst ihm nochmal eine rein, dann ist das halt schon wieder Körperverletzung. Da muss man halt stark aufpassen und ich sag mal, im Worst Case immer auf Nummer sicher gehen, weil ich glaube, eine Anzeige wegen Körperverletzung willst du halt auch einfach nicht kassieren, weil das macht dir halt das Leben ganz schnell kaputt. Und Leute, nochmal zu dem Thema. Mobbing ist nicht lustig. Wenn ihr in der Situation seid, dass ihr gemobbt werdet, dann ist es zwingend erforderlich, auch wenn es schwer erscheint, dass man nicht darüber reden mag oder man Angst vor dem gegenüber hat, der einen mobbt. Ihr müsst mit jemandem reden. Sei es die Eltern, die Lehrerin, ein enger Kumpel, eine enge Freundin, je nachdem. Ihr müsst darüber reden. Weil wenn ihr nichts dagegen tut, dann habt ihr zwei Optionen. Die eine ist, ihr geht innerlich daran kaputt, weil ihr euch nicht wehrt oder ihr wehrt euch und dann werdet ihr eventuell zum Mittäter. Vielleicht werdet ihr auch mal der sein, der mobbt, weil ihr dann stärker seid als die anderen. Aber man hat immer die Wahl zu sagen, will ich genauso sein wie der, der gegenüber? Will ich so sein? Stellt euch die Frage. Deswegen, bevor ihr irgendwie anfangt, euch zu schlagen oder jemanden zu mobben oder wenn ihr gemobbt werdet, wählt die Option, dass ihr mit jemandem sprecht. Und wenn es die Eltern sind, selbst wenn die eure Eltern bedrohen oder ähnliches, redet mit den Eltern. Die haben da mehr Einfluss als ihr selber. Ganz genau. Ja, das war eine schöne, aufmunternde Worte. Waren die aufmunternd? Ne, die waren eher inspirierend, oder? Inspirierend. Ich weiß auch nicht, Alter. Ja, nee, kann ich mich nur anschließen. Mobbing ist fucking uncool. Deswegen auch, wenn man Witze macht, Witze sind lustig. Man muss halt immer schauen, dass es für alle Beteiligten auch irgendwann nicht zu viel wird. Ja, also auch deswegen habe ich auch aufgehört, zum Beispiel hier mit diesem Geschichten aus dem Saarland-Ding, weil ich dachte, ey, das nimmt mir langsam Überhand. Weiß ich weder nicht, dass da irgendwo ein Kind dann irgendwie aufgezogen wird oder weiß ich nicht. Ja, muss man immer ein bisschen aufpassen. Richtig, Schoana. Dann würde ich sagen, wenn ihr jetzt auch Fragen habt, wie die, die wir gerade vorgestellt haben, ähnlich wie diese oder auch in eine ganz andere Richtung, privater oder eher weniger privat, dann schreibt uns gerne an stabilesprechstunde at gmail.com oder schreibt uns anonym über Telonym. Schaut auch auf jeden Fall natürlich bei Robert vorbei, auf seinem Kanal, der da heißt. Fresse halten. Ganz wichtig. Da kommen bestimmt auch bald mal Videos. Und dann würde ich sagen, haut rein.